Also, herzlich willkommen in der Jimdo Business Academy und herzlich willkommen bei dem heutigen Webinar Entdecke ChatGPT, das führende KI-Tool. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir so zahlreich heute sind und es werden immer noch im Laufe, glaube ich, der nächsten Minute Leute eintreffen, aber wir starten jetzt und vorab erstmal zu mir kurz eine, ein paar kleine Eckdaten. Ich bin Cindy Legte, ich arbeite als Senior Designer bei Jimdo und vor allem auch bin sehr aktiv im AI-Bereich und bin AI Ambassador, habe da für mich meine Passion gefunden und bin deswegen heute auch, glaube ich, eine gute Kandidatin, um euch durch KI und durch ChatGPT zu führen. Nebenbei habe ich noch ein paar Kolleginnen von mir heute an Bord, das ist Shadi und Katrin, die werden versuchen, mir im Backstage zu assistieren und zu unterstützen, sollten wir irgendwelche technischen Störungen haben, aber ja, soviel erstmal dazu. Ein kleiner Disclaimer vorab, in diesem Webinar werden wir das generische Maskulinum verwenden, einfach der Einfachheit halber. Natürlich sollen sich bitte alle gleichermaßen angesprochen fühlen, das ist mir ganz wichtig. Und noch ein weiterer Disclaimer, bitte nutzt die Q&A-Funktion, die findet ihr unten im Bodenbereich eures Fensters, nutzt die für Fragestellungen. Wir werden zwei verschiedene Momente haben während des Webinars, wo wir auf Fragen eingehen werden. Grundsätzlich haben wir aber auch geplant, nach dem Webinar in den vorherigen Tagen einen FAQ rumzuschicken, wo alle Fragen, die jetzt gestellt werden, in der nächsten Stunde beantwortet werden. Also keine Sorge, wenn wir auf eure Fragen nicht eingehen. Wir werden das wirklich ausführlich in den nächsten Tagen tun. So, dann lasst uns mit der Materie anfangen. Wir haben eine Stunde voller Spaß vorbereitet, also los geht's. So, Frage Nummer eins ist eigentlich tatsächlich erstmal, was ist künstliche Intelligenz? Und ich würde das tatsächlich gerne mit einer Gegenfrage formulieren, was ist es nicht? Und das ist das. Weil Hollywood in den letzten 20 bis 30 Jahren uns so künstliche Intelligenz vorgestellt hat. Künstliche Intelligenz, die unser Leben einnehmen wird, die die Macht an sich reißen wird, die uns als Menschen unterbuttern wird. Und das ist tatsächlich auch was, was ich beobachte in der Gesellschaft, dass viele Leute doch sehr eingeschüchtert sind von künstlicher Intelligenz. Und deswegen auch wahrscheinlich die ganzen neuen Softwaren wie ChatGPT und viele anderen eher mit Abstand betrachten, weil sie Angst haben, dass es ihnen den Job wegnimmt oder halt sogar, wie hier in Hollywood gerne gezeigt wird, das ganze Leben zerstören wird. Wenn in meiner Realität und ich denke auch in vieler unserer Realität der Teilnehmenden heute, ist die künstliche Intelligenz tatsächlich so aus. Künstliche Intelligenz ist eigentlich am Ende des Tages nur ein Assistent. Jemand, der uns das Leben erleichtert, der uns hilft bei täglichen Tasks und einfach zur Unterstützung zur Seite steht. In keinster Weise ist der Plan definitiv jetzt noch nicht. Die Macht der Menschheit an sich zu reißen und uns das Leben zu erschweren, ist eigentlich eher im Gegenteil. Uns das Leben effizienter zu gestalten und einfach zu vereinfachen. Künstliche Intelligenz an sich war ja schon seit Jahrzehnten oder ist schon seit Jahrzehnten präsent in unserem Umfeld. Wenn wir uns jetzt mal ein ganz simples Bild angucken, steht ein sehr typisches Wohnzimmer, ist es gefüllt mit künstlicher Intelligenz, ob es das zwar TV ist, an der Wand, Controller, ob es der Staubsaugroboter ist oder Alexa. Künstliche Intelligenz ist wirklich sehr präsent und wir nutzen sie tagtäglich, um uns unser Leben zu vereinfachen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht die Hälfte der Teilnehmenden heute so einen Staubsaugroboter zu Hause hat. Entweder hat man ihn oder man will ihn haben und das ganze Gerät funktioniert basierend auf künstlicher Intelligenz. Es kennt den Raum, es legt sich eine Karte an, wie es sich zu bewegen hat und all das wäre nicht möglich ohne künstliche Intelligenz. Und ich würde behaupten, dass uns das Leben schon sehr einfach macht. Genauso auch Alexa. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan von Alexa, aber ich kenne bestimmt zehn Leute, die ein Alexa-Gerät zu Hause haben und das auch täglich nutzen und das ist auch im Austausch mit künstlicher Intelligenz. Also wir können es fast in unserem Alltag nicht wegdenken. Trotzdem, wenn es so um neue Entwicklungen geht wie ChatGPT und all diese neuen Software, sind Leute immer noch mal kurz auf ein bisschen reserviert und haben noch ein bisschen Angst vor dem, was kommen könnte. Dabei ist es doch so präsent schon in den letzten zehn Jahren. Wenn wir auch gerade unsere Handys anschauen, ich meine, geht man auf Google, dann wird einem oftmals auch schon Sachen suggeriert. Wenn ich bei WhatsApp mit einer Freundin schreibe, brauche ich nur die ersten Buchstaben eintippen und meistens wird mir schon der gesamte Satz oder ein Wort suggeriert. All das ist auch künstliche Intelligenz und hat uns einfach diesen gesamten Fluss der Kommunikation und kleinerer Tasks einfach so viel vereinfacht. Und deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass wir heute so zahlreich sind, weil ich persönlich, um jetzt hier nochmal noch ein metaphorisches Bild zu zeigen, habe das Gefühl, wir sind gerade so an so einem Punkt, wo wir nochmal die Technologie nochmal in eine ganz andere Richtung entwickeln, der künstlichen Intelligenz. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir Apps haben wie ChatGPT, Midjourney. Es gibt so vier zahlreiche, die man nennen könnte, die uns einfach unser Leben so unfassbar erleichtern werden. Und gerade ich als Kreativer, die ja auch zu der Branche gehört, die sich von vielen sehr angegriffen fühlt, was künstliche Intelligenz betrifft, muss sagen, ich sehe in der KI eine enorme Chance und sehe ein Riesenpotenzial daran, dass wir unsere Prozesse einfach unfassbar vereinfachen können. Aber genug Schwafel, genug zur Einführung. Kommen wir zu dem Programm, wegen dem ja eigentlich auch alle hier sein, denn das ist ChatGPT. ChatGPT vereinfacht ist ein KI-Modell, was basierend auf Sprache oder auf Text-Input einfach den Text analysieren kann, interpretieren kann und neuen Output generieren kann. Und das tut das tatsächlich unfassbar schnell. Und was ganz wichtig ist, und das ist Lektion Nummer eins für alle, ChatGPT ist keine Suchmaschine, ChatGPT ist ein Gesprächspartner. Einfach ein Tool, was wir nutzen, um ein Gesprächs- oder Konversationsflow an Output zu kommen. Klar kann man es auch nutzen wie eine Suchmaschine, aber grundsätzlich ist das Prinzip erstmal so ein Konversationsflow. Und da gibt es tatsächlich auch unfassbar viele Konkurrenz-Apps mittlerweile. ChatGPT ist aber doch schon führend im Markt und auch doch eines der stärkeren Tools. Aber dieser gesamte Konversationsflow ist schon sehr inspirierend und da kann ich an dieser Stelle auch sagen, dass wir bei Jimdo gerade auch versuchen, unsere Prozesse inspirierend von ChatGPT zu verbessern. Und wer Jimdo kennt, der weiß, dass wir Website-Creation-Prozess haben und demnächst wird halt auch eine Jimdo-KI integriert, die diesen Konversationsflow wie ChatGPT einbaut und einfach anhand dessen den Input nimmt und daraus hilft dir und deiner Marke, eine Website in wenigen Sekunden zu erstellen. Das ist super, super hilfreich und auch, wie gesagt, inspiriert durch das, was ChatGPT gerade auf die Beine stellt. Aber genug zur Produktplatzierung, also zurückgehen zu ChatGPT. Und zwar würde ich ganz gerne kurz eine kleine Fragerunde starten. Und dafür wird gleich, werdet ihr gleich unten, sollte der Quiz aufpoppen an euren Sender, eurem Fenster. Frage Nummer eins wäre, wie viele aktive Nutzer hat ChatGPT weltweit? Sind es A, 20 Prozent, B, 13 Prozent oder C, 2 Prozent? Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, eure Antwort auszuwählen und dann werde ich das gleich auflösen. Oh ja, ist schon ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, das ist sehr spannend. Okay, ich werde mal auflösen, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Moment. Und zwar ist die aktive Nutzerzahl von ChatGPT weltweit bei zwei Prozent. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Das würde ich auch super gerne unterstreichen. Mir ist bewusst geworden, dass viele, viele Leute sich eingeschüchtert fühlen mit ChatGPT, einfach aus dem Grunde, weil seit zwei Jahren schon drüber gesprochen wird und man das Gefühl haben könnte, man ist schon zu spät dran. Der Zug ist abgefahren, man kommt nicht mehr hinterher. Gerade so was künstliche Intelligenz betrifft, die Technologie rennt ja gefühlt auch teilweise von einem davon. Aber es sind tatsächlich nur zwei Prozent weltweite Nutzer. In Deutschland, gerade wenn ich mich richtig erinnere, 450, 500.000 Nutzer. Das heißt, wir alle als Kollektiv sind eine der Ersten, die ChatGPT nutzen. Und das finde ich eigentlich super schön und super ermutigend. Und sollte uns alle einfach nochmal so die Augen öffnen, dass wir halt einfach auf so eine Software aufspringen sollen und dass diese Optionen nutzen, sie zu unserem, ja, täglichen Arbeitsflow hinzuzufügen. Frage Nummer zwei, und ich sehe ein paar haben die schon beantwortet. Ah, okay. Wie hoch ist der IQ von ChatGPT? Ist es A, 155, B, 98 oder C, 129? So, warten wir nochmal ein paar Sekunden. Sich noch ein paar entscheiden können. Aber auch wieder sehr unentschlossen, finde ich sehr spannend. Antwort ist tatsächlich 155. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte Einstein einen IQ von 160. Also ChatGPT ist wirklich sehr, sehr clever. Klar, es hat auch geführt, die gesamte Wikipedia-Enzyklopädie integriert. Es hat unfassbar wohl gefüttert mit Millionen von Daten. Und durch die neueste Version hat es auch Zugriff auf eine Suchmaschine von Bing. Also es hat natürlich auch in Echtzeiten Möglichkeiten, Bibliotheken der Welt zu durchforsten. Also natürlich ist es extremst intelligent. Aber was es dem Menschen gegenüber fehlt, ist emotionale Intelligenz. Es ist halt nicht in der Lage, basierend auf Lebenserfahrung, auf Schmerz, dementsprechende Entscheidungen zu treffen. Und daher wird künstliche Intelligenz auch eigentlich nie es schaffen, auf dieses menschliche Level zu kommen. Dann einfach wirklich sehr rational. Aber doch sehr, sehr intelligent. Nächste Frage und letzte Frage. Wie lange dauert es durchschnittlich, bis ChatGPT eine Antwort auf eine Frage generiert? Ist es A weniger, upsie, A weniger als eine Sekunde, B 2 bis 5 Sekunden oder C 10 bis 15 Sekunden? Warten wieder ein paar Sekunden. Ich glaube, die Antwort hier ist auf alle Fälle, kristallisiert sich schon deutlich heraus. So, dann werde ich mal gleich auflösen. Und zwar tatsächlich hat die Mehrheit auch recht. Es sind 2 bis 5 Sekunden. ChatGPT ist unfassbar schnell. Wobei ich sagen muss, dass es auch manchmal abhängig ist, wie überlastet der Server ist. In der Regel ist es wirklich sehr, sehr schnell. Aber es kann auch tatsächlich mal passieren, dass es 10 bis 15 Sekunden sind. Aber durchschnittlich kommt das schon sehr gut hin. Und genau. Genug Fragerei, genug Einführung. Lasst uns einfach direkt mal ins Programm reingehen. Ihr könnt mir gerne folgen oder könnt es an eurer Stelle selbst mitprobieren. Ich werde direkt mal hier meinen Bildschirm teilen und euch durch ChatGPT und die verschiedensten Features führen. Und zwar sind wir jetzt in dem Dashboard von ChatGPT. Wenn ihr euch eingeloggt habt, ist das quasi das Dashboard, mit dem ihr arbeiten müsst. Ziemlich einfach strukturiert. Wir haben den Textbereich hier unten, um Nachrichten zu senden. Wir haben gewisse Prompt-Entwürfe, mit denen wir arbeiten können. Und alle vorherigen Gespräche werden an der Seite archiviert. Dazu definitiv später mehr. Ja. Okay. Was ich ganz oft sehe, und das ist auch gleich das erste Beispiel, was ich euch zeigen werde, ist, ein Moment, ich werde mal kurz so, ist, dass viele Leute nicht wissen, wie sie mit ChatGPT richtig zu kommunizieren haben und einfach ganz simple Requests schicken, ohne wirklich groß drüber nachzudenken. Hier ist zum Beispiel ein ganz simpler Prompt, eine ganz simple Anfrage. Und das ist zum Beispiel das hier. Ich brauche Hilfe mit meinem Pasta-Business, einem Pasta. An sich ist das grundsätzlich keine falsche Frage, aber es fehlt natürlich unfassbar viel Inhalt und unfassbar viel Kontext, mit dem ChatGPT arbeiten kann. Ist natürlich nicht wirklich klar, was gebraucht wird. Also in dem Fall könnte man einfach einer folgenden Prompting-Sequenz folgen. Das nennt sich ganz oft auch, wenn ihr recherchiert oder wenn ihr euch noch belest, das nennt sich ganz oft Prompt-Engineering und klingt immer wie so ein ganz großes Wort. Am Ende des Tages ist es tatsächlich einfach nur eine gewisse Sequenz, der man folgen muss oder gewissen Reihenfolge oder Inhaltsfolge, der man folgen muss, um den besten Output zu generieren. Wenn ich mir also jetzt nochmal die Anfangsanfrage angucke, könnte man zum Beispiel sowas pompten. Ich bin Inhaberin eines Pasta-Businesses namens einem Pasta und brauche Hilfe beim Erstellen von Überschriften für meinen Event-Flyer. Erstelle eine Liste mit fünf passenden Überschriften. Also das Ziel grundsätzlich ist hier, wir wollen einen Event-Flyer erstellen. Wir haben genug Kontext, den wir dem Prompt, dem Chat-GPT geben und wir haben auch am Ende eine gewisse Aktion, in der wir sagen, erstelle eine Liste mit fünf passenden Überschriften. Das ist grundsätzlich hier mal eine sehr gute Sequenz, der man folgen kann. Man hat, man definiert ein Ziel, man definiert eine Aktion und man definiert oder generiert den Kontext. Und mit der Hilfe sollten wir schon in der Lage sein, eine viel konkretere Aussage zu bekommen von Chat-GPT. In dem Fall listet es uns jetzt fünf passende Überschriften, die grundsätzlich erstmal zu der Idee eines Pasta-Businesses passen könnten. Natürlich kann man das nochmal individualisieren, indem man mehr Kontext gibt. Was ich sehr gerne mag bei Chat-GPT, ist, dass man jederzeit auch wieder die Nachricht bearbeiten kann. Vielleicht möchte ich anstelle von fünf passenden Überschriften zehn haben. Kann jederzeit anpassen, den Prompt nochmal neu senden. Jetzt wird das alles nochmal neu generiert, nochmal durch den Algorithmus gezogen und uns werden die zehn passenden Überschriften rausgegeben. Keine Sorge, die fünf von davor sind immer noch auffindbar. Man muss einfach nur zurück hier auf den linken Fall klicken und dann hat man die fünf passenden Überschriften, die vorab generiert wurden, hier wieder zur Hand oder man klickt nach rechts und hat die neuen generierten zehn Überschriften. Was sich auch in dieser Prompting-Sequenz als super hilfreich herauskristallisiert hat, ist, dass man dem Chat-GPT eine Rolle zuweist. Das will ich euch an einem ganz konkreten Beispiel zeigen, was einfacher zu erklären ist. Jetzt zum Thema der Überschriften könnte ich jetzt auch sagen, stell dir vor, also das geht an Chat-GPT, stell dir vor, du bist ein Copywriter einer Kreativagentur, erstelle zehn Überschriften für einen Event-Flyer für mein Business Island Pasta. An sich ist die Aktion die gleiche. Wir möchten zehn Überschriften für einen Event-Flyer haben, aber dadurch, dass wir jetzt dem GPT eine Rolle erteilen, wird es etwas kreativer an die Aufgabe herangehen. Und das könnt ihr mit, egal welchem Task, genauso auch machen. Sobald ihr eben dem Chat-GPT eine Rolle erteilt, wird es einfach ein bisschen besser an die Aufgabe herangehen, was auch immer die Aufgabe ist, die ihr generieren wollt. Und zwar probieren wir jetzt mal das Gleiche nochmal. Es sollte definitiv uns ein bisschen kreativere Überschriften rausspucken. In dem Fall sind sie interessanterweise alle auf Englisch. Das ist manchmal auch sehr interessant. Muss ich nebenbei erwähnen, Chat-GPT ist grundsätzlich aus Amerika, ist also auf Englisch gebaut worden. Es kann manchmal passieren, dass der Output auf Deutsch nicht hundertprozentig perfekt ist. Generell würde ich mich auch davon distanzieren, dass man hundertprozentig allen vertraut, was einem hier generiert wird. Man muss es immer so ein bisschen mit Abstand betrachten und nochmal neu durchdenken. Aber grundsätzlich tut es schon echt einen guten Job hier am Ende mit uns, hier verschiedene Headlines zu kreieren. Ja, soviel zu der Headline-Variante. Spielen wir das Thema mal weiter und überlegen uns, dass das Islandpasta-Business jetzt von einer externen Firma angeschrieben wird. Wenn ich mir vorstelle, dass von diesen 300 Teilnehmern heute hier in diesem Meeting vielleicht die Hälfte Selbstständige sind, dann kennt ihr wahrscheinlich das Szenario, ihr seid unfassbar busy, ihr habt so viel zu tun. Man hat einfach oftmals keine Zeit, durch die ganzen E-Mails durchzugehen, die man bekommt. Und gerade wenn es längere E-Mails sind, kann es teilweise echt kompliziert werden und sehr viel Zeit einnehmen. Jetzt habe ich hier meine Beispiel-E-Mail. Wir haben hier einen Supermarkt, der sich an das Business Islandpasta richtet und fragt, ob sie deren Produkte in deren Supermarkt aufnehmen können, haben tatsächlich noch ein paar Fragen. Ist schon eine längere E-Mail. Vielleicht für jemanden, der sehr busy ist, ein bisschen überfordernd darauf einzugehen. Wir können tatsächlich ChatGPT zum Nutzen machen und die Funktion oder das Feature nutzen, was ChatGPT sehr gut kann, und das ist nämlich zusammenfassen und die Hauptaktionspunkte rausschreiben. Und zwar könnte ein Prompt sein, fasse folgende E-Mail zusammen und liste die Aktionspunkte. Wir schicken die E-Mail ab und in wenigen Sekunden fest und ChatGPT die E-Mail zusammen und listet uns auch die wichtigsten Aktionspunkte. Das finde ich, es erleichtert einem schon doch den Arbeitsflow enorm und man weiß genau, was man jetzt zu tun hat. Wir könnten auch gleich die Situation nutzen und sagen, erstelle eine passende Antwort auf Barbaras E-Mail. Was hier nochmal super erwähnenswert ist, der Kontext, auf den sich ChatGPT jetzt die ganze Zeit bezieht, ist diese Ausgangs-E-Mail. Also wir müssen jetzt nicht in unserem Prompt nochmal den Kontext enorm beschreiben, weil ChatGPT zumindest in der neuen Version 4.0 in der Lage ist, sich an Gespräche zu erinnern. Das heißt, dieser gesamte Gesprächsflow, den wir hier führen, wird sich immer alles merken können. Somit können wir ganz einfach sagen, erstelle eine passende Antwort auf Barbaras E-Mail und man weiß ganz genau, was er zu tun hat und kann somit eine To-Do, einen To-Do-Action-Point auf eurer Liste schon mal abhaken. Das ist sehr, sehr hilfreich. Weiter geht's. Gehen wir nochmal an ein ganz anderes Beispiel. Dafür öffnen wir einen neuen Chat. Das könnt ihr übrigens auch jederzeit machen, indem ihr hier oben klickt. Öffnet sich ein komplett neuer Chat. Ich habe hier ein Beispiel-Business. Das ist UrbanDable.Canteen. Das ist auch eine Webseite, die BitGymbo erstellt wurde. Das ist wirklich ein sehr schönes Business. Und jetzt stellt man sich mal vor, als Business, wie gesagt, wir sind sehr busy, wir sind unfassbar viel unterwegs, wir haben keine Zeit, auf Social Media zu posten. Dabei ist Social Media so unfassbar wichtig, gerade für Kleinunternehmen, um Reichweite zu generieren. Aber man hat einfach nicht die Kapazitäten, auch noch gleichzeitig Social Media Manager zu sein, neben Business Owner. Deswegen kann man sich auch hier ChatGPT zur Hilfe ziehen und das Feature nutzen, das ChatGPT in der Lage ist, komplette Webseiten auch von Grund auf zu lesen. Wie machen wir das? Ganz simpel. Ein Beispiel hier für euch. Wir gehen zurück zu ChatGPT. Und zwar könnte ein Beispiel sein, erstelle eine Liste an Ideen für Social Media Posts, basierend auf dem Inhalt meiner Webseite. Also, wir haben den Kontext, das ist komplett die Webseite. ChatGPT werden wir gleich sehen, die gesamte Webseite analysieren und anhand dieser Daten, die sammeln kann, uns verschiedene Ideen rausspucken für Social Media. Schauen wir mal, was passiert. Online-Suche beginnt und genau, ziemlich schnell hat ChatGPT verstanden, um was es geht und schickt uns gerade eine Liste an Ideen. Ich merke gerade, dass ChatGPT auf Englisch reagiert. Das verstehe ich gerade nicht, warum. Aber gut, das ist sehr interessant. Wir können ja gerne nochmal einen neuen Chat aufmachen und gucken, ob sich das Problem behebt. Schauen wir mal das Ganze nochmal, weil wir wollen das ja natürlich auf Deutsch. So, gucken wir einfach nochmal. Möchte es gerade nicht. Okay, dann improvisieren wir. Wir gehen davon aus, dass die Liste komplett auf Deutsch ist. Es ist normalerweise der Output, der generiert wird, aus warum Gründen, denen uns gerade nicht bewusst ist. Es wird auf Englisch gemacht. ChatGPT hat auch manchmal vielleicht Störungen mit dem Server. Wir improvisieren, wir machen das Beste draus. Also gehen wir davon aus, dass uns Idee Nummer 5 sehr gut gefällt. In dem Fall auch eigentlich ganz guter Input, den ich gerade vom Kollegen habe. Wir können doch einfach uns auch die Ideen direkt übersetzen lassen, weil das kann ChatGPT ja auch sehr gut. Dann machen wir das so. So, besetze die Liste der Ideen auf Deutsch. So, müssen wir uns halt so eine Brücke bauen und schauen wir mal, was er macht. Perfekt. So, jetzt haben wir die Liste auf Deutsch. Und, genau, gehen wir mal davon aus, ich mag Idee Nummer 5 sehr gerne. Rezepte teilen, teile gelegentlich einfach einfach das Rezept für beliebte Gerichte zum Nachkochen. Wäre ja eine super Serie, die man bei Instagram wahrscheinlich einmal die Woche posten könnte als Kanteen-Business. Könnte man jetzt als nächstes prompten, ich mag besonders Idee Nummer 5, kreie eine Instagram-Caption passend zu dieser Idee. Viele, die sich vielleicht mit Social Media nicht so auskennen, bei Instagram, man postet ja nicht nur ein Bild, man in der Regel als Business hat man ja auch einen Textbereich und im besten Fall auch noch ein Hashtag, einfach um die Reichweite noch mehr zu expandieren. Und in dem Fall finde ich es super spannend, ChatGPT versteht, was eine Instagram-Caption ist, wie eine Instagram-Caption auszusehen hat. Wir haben Emojis, wir haben Hashtags, wir werden selber verlinkt. Super, super hilfreich. Und um das Ganze noch weiter zu drehen, können wir auch noch eine andere Funktion gleich mitnutzen und sagen, kannst du mir bei der Erstellung eines passenden Bildes für diesen Post helfen? Und ChatGPT wird mithilfe von Dolly, was ein integriertes weiteres KI-Modell ist, jetzt ein passendes Bild generieren. Und wir können ja mal schauen, was es uns passend macht. Ist immer wie so eine kleine Wundertüte, man weiß auch mal nicht hundertprozentig, was kommt. Aber wir haben hier ein Bild, was wir rein theoretisch sofort mithilfe dieser Caption bei Instagram posten könnten. Ich persönlich nutze Dolly oder ChatGPT nicht für meine Bildgenerierung. Dafür gibt es tatsächlich bessere Tools. MidJourney zum Beispiel ist ein super spannendes Software, den man sich angucken könnte. Aber für einfach, um euch mal das Feature zu zeigen, ist halt super spannend, dass wir innerhalb von einer Minute nicht nur Ideen haben und tatsächlich zehn verschiedene Ideen für solche Media. Wir haben gleich eine passende Caption zu einer Idee und haben passend dazu auch schon ein Bild generiert. Ich würde tatsächlich jetzt mal kurz eine kleine Mini-Pause machen und vielleicht auf Fragen eingehen, wenn Fragen da sind. Ich sehe, glaube ich, in der Q&A sind ein paar. Vielleicht, Shadi, Katrin, können wir mal durch ein paar gehen und gucken, ob wir mal fünf Minuten Zeit uns nehmen, um auf Fragen einzugehen. Genau. Also ich hatte schon ein paar beantwortet, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber genau, da ploppen gerade sehr viele auf. Das heißt, das wäre super. Da sehe ich zum Beispiel eine Frage von Sigrid. Wie ist das mit dem Urheberrecht bei Fotos? Urheberrecht bei diesen generierten Fotos? Ich denke, dass Sigrid das meint. Diese generierten Fotos sind wirklich tatsächlich aus wildem Misch herum gemischt zusammen zu einem Bild. Ich wäre tatsächlich auch immer ein bisschen vorsichtig mit den Bildern. Ich würde behaupten, so ein Bild wie das jetzt hier ist ziemlich frei nutzbar. Aber bei ChatGPT müsste man tatsächlich noch in die Tiefe gucken. Aber tatsächlich, bei KI kam schon oft Kritik auf, dass sich KI gerne von anderen Künstlern was zusammenbastelt und daraus ein Grundzwerb kreiert. Und das kann ein bisschen schwierig werden. Ich kann da nur als Tipp geben, einfach immer einen super Prompt benutzen, einfach so detailreich wie möglich versuchen, dieses Bild zu modifizieren, einfach ein einzigartiges Bild rauszumachen. Dann ist man doch schon auf der sicheren Seite. Das ist eine Frage, die hat sich bei ganz vielen durchgezogen. Ob Dolly in der Free-Version enthalten ist, möchte Marianne gerne wissen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Soweit ich weiß, leider nicht. Die Premium-Version kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat. Da sollte Dolly sowie auch weitere GPTs, die ich euch nachher kurz zeigen werde, integriert sein. Definitiv für die Basic-Nutzung reicht die kostenlose Variante, aber wenn man doch ein bisschen mehr rausholen möchte, kann ich nur empfehlen, dass ihr euch die Premium-Version abonniert, die Premium-Version abonniert. kann ChatGPT auch Excel-Dateien erstellen? Oh, tatsächlich kann ChatGPT Excel-Dateien erstellen und da kommen wir auch gleich drauf zu. Also eine Minute noch Geduld, das ist dann im zweiten Teil gleich für das gezeigt. Genau, und jetzt sehe ich noch viele, recht viele Fragen zu den Kosten von ChatGPT 4.0. Genau, ob man das bezahlen muss. Ja, leider. Und das kurz zu beantworten, das ist die kostenpflichtige Version. Super. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt kurz weiter. Wir haben nachher auch noch mal viel mehr Zeit für Fragen. Ansonsten, wie gesagt, wir schicken den FAQ am Ende des Tages rum oder am Ende der nächsten Tage. Da werden alle Fragen, die jetzt gestellt werden, im Q&A-Bereich auch ausführlich beantwortet. Okay, dann machen wir einmal kurz weiter. Also neben der Möglichkeit, dass ChatGPT Texte oder lange, extensive Texte verstehen kann, interpretieren kann und Bilder generieren kann und beziehungsweise auch komplette Webseiten lesen kann, gibt es auch eine sehr interessante Funktion, das ist tatsächlich das Interpretieren von Screenshots. Das finde ich persönlich super spannend. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel hier die Beispielseite angucken und ich mache mal kurz einen Screenshot, um euch zu zeigen, was ChatGPT kann. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Screenshot. Wir können jederzeit diese Datei auch einfach anhängen und um uns mal ganz kurz zu visualisieren, was ChatGPT in dem Fall macht, wir könnten sagen, beschreibe, was du in diesem Screenshot siehst und ich finde das super spannend, weil ChatGPT nimmt nicht das Bild nur an seiner Oberflächlichkeit und sagt dir, das ist ein Bild einer Webseite, sondern es bricht es richtig runter und sagt dir genau, um was es geht in diesem Bild und das ist super spannend. Und hier gibt es eine Zusammenfassung und es sagt uns auch tatsächlich, was die Hauptbotschaft ist und was alles auf dieser Webseite passiert. Und was hier noch super spannend ist, und das werden wir in dem Zuge dieses Webinars gerade nicht zeigen, aber ich würde es nur kurz anmerken, für die, die an HTML interessiert sind, für die, die ihre Webseiten gerne selber bauen, man kann diesen gleichen Prozess jetzt auch nutzen und sagen, generiere mir einen HTML-Code, der das Design reflektiert. Und tatsächlich ist ChatGPT in der Lage, mit Hilfe von Python, innerhalb von Sekunden den kompletten HTML-Code zu generieren. Also es ist wirklich extremst spannend. So, kommen wir zu dem Thema Excel-Tabellen. Hatten wir ja schon kurz eine Frage. Ich habe jetzt hier eine ganz simple mal vorbereitet. Also tatsächlich kann ChatGPT basierend auf Textdokumenten dir eine Datei erstellen und auch gleichzeitig interpretieren. Das könnt ihr gerne in euren Enden mal selber ausprobieren. Wir haben natürlich im Rahmen dieses Webinars nicht Zeit, um alles ausführlich intensiv zu zeigen, aber ihr könnt jederzeit einfach eine Datei hier anhängen und dann, wie gesagt, dementsprechend prompten. In dem Fall haben wir jetzt hier mal einen ganz normalen Datensatz. Es ist ein ganz simpler, ganz vereinfachtete Excel-Tabelle, wo das Zuschaueralter und durchschnittliche Wiedergabedauer unserer YouTube-Zuschauer gesammelt wurde. Und ich möchte euch einmal zeigen, wie schnell ChatGPT A das versteht und zweitens die nächsten Features auch nutzen kann. Und zwar könnten wir jetzt auch einmal sagen, interpretiere die folgende Excel-Tabelle und fasse sie in einem Paragrafen zusammen. Wenn man sich vorstellt, manchmal kommt darauf an, in welchem Business ihr arbeitet, man hat manchmal Excel-Tabellen, die einfach über mehrere Tabs haben, unfassbar lang sind und man einfach auch gar keine Zeit hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Da hilft das schon enorm, wenn man sich ChatGPT zur Hilfe sucht und einfach fragt, ob es diese Datei interpretieren kann und zusammenfassen kann. In dem Fall macht es ChatGPT ziemlich schnell. Wir haben in kurzer Zeit einen Paragrafen und haben eine Zusammenfassung, die wir potenziell präsentieren könnten. Auch ganz einfach und mir ist bewusst, dass Excel das auch kann, aber wir können auch direkt in ChatGPT jetzt fragen, dass basierend auf diesen Daten wir ein Kreisdiagramm erstellt bekommen. Das finde ich super schön, dass man wirklich innerhalb dieses Konversationsflow mehrere Sachen gleichzeitig machen könnte oder beziehungsweise nacheinander und in diesem Fall funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. ChatGPT analysiert jetzt die Daten und sollte ziemlich schnell, wie wir sehen, jetzt auch ein Diagramm erstellen. Können wir jetzt hier uns das mal in größer angucken. Wir haben tatsächlich alle Daten, die in unser Excel-Spreadsheet war, hier wiedergegeben und können, und das ist natürlich was Schönes für mich als Designer, auch die Farben anpassen. Wir können, je nachdem, für was ihr diese Grafik braucht, könnt ihr sie halt einfach eurem Branding anpassen und individuell gestalten und auch direkt hier über die Download-Funktion herunterladen. Vielleicht sagen wir, wir möchten anstelle des Kreisdiagramms lieber ein Säulendiagramm, dann kann man das auch super schnell einfach prompten und ChatGPT macht in wenigen Sekunden daraus ein Säulendiagramm. Also diese gesamte Interpretations- und Umsetzungsfunktion ist schon extrem fortschrittlich und wie gesagt, ihr könnt auch ein PDF-Dokument anhängen, ein Textdokument und dementsprechend fragen, macht daraus einen Excel-Spreadsheet, macht daraus dies, das. Es ist in der Regel in der Lage, alles umzusetzen. Ihr könnt auch hier rüber direkt eure Google Drive verbinden oder halt euer Microsoft Drive und dann halt darüber direkt Dateien hinzufügen. Das ist ziemlich hilfreich. Und viele nutzen wahrscheinlich auch Daten, um daraus vielleicht ein Blogartikel zu schreiben. Ich denke, auch viele Selbstständige betreiben ja auch Blogs, daher kann es sehr hilfreich sein, in dem gleichen Zusammenhang jetzt hier, wir haben die Bilder generiert, wir haben eine Zusammenfassung der Daten, auch einfach zu prompten, schreibe eine passende, passende, kurze Blogartikel zur Thematik. Und auch hier wieder super spannend, ChatGPT versteht das Format, weil Blogartikel ist natürlich im Vergleich zu anderen Formaten nochmal anders. Das Layout ist anders, die Art und Weise, wie wir einführen und dann in die verschiedenen Sektionen gehen, ist anders. Und ich finde, dass ChatGPT das schon sehr gut macht. Es nimmt dir den Job nicht zu 100% ab, das ist auch ganz wichtig zu vermerken, aber es hilft einem persönlich, schon mal vier Schritte vorauszugehen, einfach schon mal ein paar Sachen abzuchecken, die man vorher vielleicht noch ewig auf einer To-Do-Liste zu sitzen hätte. Man geht hier nochmal rüber, man passt an, vielleicht lässt man Sachen nochmal umschreiben, aber grundsätzlich ist das schon eine Riesenhilfe. Und natürlich könnten wir jetzt auch sagen, wir übersetzen das Ganze auch ganz schnell nochmal auf Englisch, weil ChatGPT auch in der Lage ist, in 20 bis sogar 25 Sprachen zu sprechen. Also das auch eine sehr, sehr große Hilfe. Für mich persönlich ist ChatGPT jetzt nicht das Nummer 1 Tool, wenn es um Übersetzungen geht, aber es ist definitiv schon eine ziemlich große Hilfe. Aber auch hier würde man definitiv sagen, geht nochmal über alles rüber, guckt, ob das faktisch auch korrekt ist und ob es funktioniert. Ein paar kleine Mini-Fun-Facts nochmal an der Seite. Es hat sich rauskristallisiert, dass wenn man ChatGPT fragt, dass es einen Prozess bitte erklären soll, als wäre man ein Kleinkind, dass tatsächlich ChatGPT in der Lage ist, große Themen sehr klein zu halten und einfacher zu erklären. Weil tatsächlich wissen wir, ChatGPT ist super intelligent und teilweise spricht es sehr wissenschaftlich und absolut kann den Raum nicht lesen. Ich kann nicht alles verstehen, was in der Oxford-Bibliothek mal veröffentlicht wurde. Deswegen hilft es, wenn man komplexere Themen hat, dass man einfach zum Beispiel sagt, hier wäre jetzt zum Beispiel ein Thema, was spannend für Selbstständige sein kann, wie mache ich als Selbstständige eine Steuererklärung? Erkläre es, als wäre ich ein Kleinkind. Und jetzt werden wir gleich sehen, das ist immer super spannend, weil ChatGPT jedes Mal was anderes generiert. Es wird jetzt tatsächlich das Thema ziemlich einfach runterschreiben und einfach erklären, sodass es wirklich jeder versteht. Was auch witzig ist, tatsächlich hat das eine Studie in Abu Dhabi herausgefunden, es macht keinen Unterschied, ob ihr mit ChatGPT höflich umgeht, ob ihr Hallo oder Tschüss sagt, es hat gar keinen Einfluss. Witzigerweise hat es einen Einfluss, wenn man aggressiv mit ChatGPT spricht. Es hat sich in der Studie herausgestellt, dass ChatGPT besser performt, wenn man ihn droht. Ich weiß nicht, wer diese Studie durchgeführt hat, aber anscheinend kam es raus. Und es hat sich auch herausgestellt, dass ChatGPT besser funktioniert, wenn man Trinkgeld anbietet. Auch finde ich sehr spannend. Eine ganz wichtige Frage, die auch oft gestellt wird, und vielleicht wurde sie auch schon in einem Q&A gestellt, ist, wie geht es mit der Quellenangabe? Weil tatsächlich spuckt einem ja hier ChatGPT einiges an Informationen raus und man weiß tatsächlich nicht, ist das alles faktisch korrekt oder ist es nicht. Was man natürlich machen kann, ist a, immer selbst nochmal zu recherchieren oder b, innerhalb des Promts auch nach einer Quellenangabe zu fragen. Und zwar könnte das wie folgt aussehen. Wir haben jetzt hier eine Frage. In welchen Berufsgruppen sind die meisten Selbstständigen? Erstelle ein Ranking von 1 bis 10 und gebe deine Quellen an. Und das tatsächlich sollte uns helfen, dass ChatGPT jetzt nicht nur einfach uns die Informationen rausgibt, sondern gleichzeitig auch Quellenangaben, äh, Quellen angibt, die wir im Nachhinein nochmal überprüfen können. Das kann tatsächlich tatsächlich hilfreich sein. Andererseits, wir, ich kann mich nur wiederholen, checkt immer alles doppelt und dreifach, was ChatGPT euch rausgibt. Es wurde tatsächlich von Menschen gebaut und Menschen füttern es mit ihren Daten. Jedes Gespräch, was man mit ChatGPT führt, führt dazu, dass mehr Daten gesammelt werden und manchmal sind die Unterhaltungen auch einfach faktisch nicht korrekt. Muss man halt immer wirklich im Hinterkopf behalten. Aber in diesem Fall gibt es ein paar Internetseiten, die kann man dann überprüfen und hier hat sich halt ChatGPT-Informationen rausgeholt in diesem Fall. So. Soviel erstmal dazu. Grundsätzlich erstmal, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwann hier unfassbar viel mit ChatGPT gesprochen, ihr werdet sehen, ihr habt hier so viele Unterhaltungen, die ihr geführt habt. In meinem Fall ist das wirklich sehr unordentlich, deswegen sollte ich meinem eigenen Rat vielleicht gleich mal folgen. Ihr könnt nämlich Chats archivieren und das ist glücklicherweise hilfreich. Man kann sie nicht nur archivieren, man kann sie auch umbenennen. Das hilft der Organisation halber doch viel mehr und der Übersicht halber auch einfach ein bisschen mehr. Das könnt ihr jederzeit tun. Ihr findet dann die archivierten Chats in eurem Settings-Bereich. Das ist hier oben. Wenn ihr auf euer Profil klickt, könnt ihr bei Einstellungen klicken und hier habt ihr verschiedenste Einstellungen, die ihr durchgehen könnt. Ihr könnt euer ChatGPT personalisieren. Das ist zum Beispiel super spannend. Im Moment hat ChatGPT ja eine Erinnerungsfunktion. Das heißt, also mit der Premium-Version, das erinnert sich an jedes, an jede Konversation, die ihr hattet und wenn ihr zurück zu einer archivierten Konversation geht, weiß es genau, um was es ging. Also es ist immer in der Lage, da wieder auch anzuknüpfen. Das könnt ihr natürlich ausstellen, wenn euch das stört. Das wäre dann hier zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Gleichzeitig kann man auch in einer Datenkontrolle ausstellen, dass tatsächlich die Daten nicht gesammelt werden, die man teilt. Das ist nämlich tatsächlich mit ChatGPT. Sammelt halt die Daten aus den Unterhaltungen. Das kann man tatsächlich an dieser Stelle ausstellen. Und genau, soviel erstmal dazu. Ich glaube, die ganzen archivierten Chats, genau, die findet man dann unter Allgemein. Das ist auch super spannend. Man klickt auf Verwalten und hat dann hier alle archivierten Chats, die man irgendwann mal hatte. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf verschiedene Sachen raufklicken, Enhanced Design-Tipps, zum Beispiel eine alte Unterhaltung vom April. Und ChatGPT ist vollkommen in der Lage, diese Unterhaltung fortzuführen. Also es ist quasi wirklich wie ein Kollege. Das ist nicht irgendwie nur so ein einfaches Tool, das man nutzt, um irgendwie Sachen abzuklappern. Das ist tatsächlich wie ein, ja, wie ein Kollege, wie ein Assistenten, mit dem man immer wieder Ideen bequatschen kann und immer wieder auch rückführend auf Thematiken wieder von vorne starten kann. Genau, das ist so. Machen wir das mal aus. So. Was super spannend ist, und das ist tatsächlich leider, was es nur in der Premium-Version gibt, und deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, für die, die noch ein bisschen mehr rausholen wollen aus ChatGPT, dass sie sich die Custom-GPTs angucken. Das sind GPTs, die eine feste Rolle haben. Wir haben ja jetzt gemerkt, ChatGPT kann irgendwie gefühlt alles, aber es ist tatsächlich manchmal hilfreich, wenn wir ein GPT haben, was eine bestimmte Rolle hat. Gerade für so wiederholende Tasks, Dinge, die ihr immer braucht, wofür ChatGPT immer brauchen werdet, macht es Sinn, einen GPT zu haben, der diese eine spezifische Rolle hat, wo ihr nicht jedes Mal erklären müsst, was er jetzt eigentlich zu tun hat, sondern der genau weiß, was sein Job ist. Es ist quasi wie ein Kollege, der eingestellt wurde für diese eine Position. Und da gibt es tatsächlich bei ChatGPT unfassbar viele zu erkunden, die schon vorab installiert wurden. Das dauert jetzt einen Moment, bis das lädt. Quasi wie so ein App-Store, obwohl die alle inkludiert sind in dem Abo. Wir haben hier wirklich von Dolly bis zu verschiedenen, zur Produktivität zum Beispiel, haben wir verschiedenste Sachen, die man nutzen kann. Es ist wirklich unfassbar viele GPTs, die eine bestimmte Rolle haben. Da müsste man sich wirklich mal komplett durchforsten. Ich persönlich habe meinen eigenen GPT, der nennt sich Binocular. Das ist tatsächlich auch eine Funktion, die ChatGPT anbietet, dass man seinen eigenen GPT baut. Und ich packe es in Anführungsstrichen, weil ich bin kein Programmierer und da ist nicht viel bauen. Das ist wirklich ziemlich simpel. Es springt den Rahmen ein bisschen dieses Webinars, aber wenn da Interesse besteht, können wir gerne auch noch ein Webinar halten zum Thema Custom GPTs und wie er einen eigenen baut. Aber ich habe hier mir einen eigenen erstellt und zwar hat dieses Binocular GPT als einzige Funktion quasi ein Designer zu sein. Ich habe den Binocular gefüttert, was ich beruflich mache, bei wem ich arbeite, was meine täglichen Tasks sind, wo ich mich gerne hin entwickeln würde, was für Firmen mich inspirieren, was mich nicht inspiriert. Und dieser GPT hat eine einzige Aufgabe, mein Kollege zu sein. Ich nutze den, um zu brainstormen, um Feedback reinzuholen und ich musste mich nicht immer erklären, weil der Binocular an sich genau weiß, was er zu tun hat, weil er hat diesen einen bestimmten Job. Ich kann jetzt ein Beispiel zeigen. Wir haben jetzt ein ganz simples Design hier zum Beispiel und ich sehe jetzt Binocular gerade, als mein Kollegen würde das jetzt hier einfach reinziehen und sagen, kannst du mir bitte Feedback geben? Das reicht eigentlich tatsächlich schon. Er sollte genau wissen, was er zu tun hat, weil er ist mein Design-Kollege, er weiß ganz genau, wer Jimdo ist und was Jimdo für ein Branding hat. Und in dem Fall nutze ich tatsächlich Binocular auf Englisch, deswegen ist das auch die Antwort gerade auf Englisch. Aber es gibt mir halt einen riesen Output im Sinne von Stärken und Schwächen, wo ich vielleicht noch besser sein könnte und wo in Bezug auf Jimdo ich besser agieren könnte. Und es ist einfach ein super interessanter Austausch und hat mir schon in vielen, vielen Fällen geholfen, Ideen zu finden, wo ich vorher gefangen war in verschiedenen Szenarien. Also ich kann es nur empfehlen, dass für die, die sich dieses Premium-Abo holen möchten, dass sie sich auch tatsächlich damit auseinandersetzen, einen eigenen GPT zu bauen. Oder gerne auch, wenn wir das Webinar das nächste Mal hosten, wir gerne gemeinsam einen bauen. Jimdo selbst ist auch gerade dabei, einen GPT zu bauen. Wir nennen das den Jimdo Co-Founder, der quasi für jeden Selbstständigen dann zur Verfügung stehen könnte, als zweiter Co-Founder, als einfach als Business-Partner, der euch zur Seite steht und alle Fragen beantwortet, einfach unterstützt in Form einer künstlichen Intelligenz. Das ist schon super, super spannend. Genau. Also das ist so viel erstmal zu Chat-GPT. Ich weiß, man kann noch in unfassbar vielen Tiefen gehen, aber ich würde erstmal nochmal kurz in eine Fragerunde starten, weil wir ja nun auch nicht so viel Zeit haben. Aber wie gesagt, wenn Interesse besteht, wir können jederzeit auch nochmal ein weiteres Webinar auflegen. Es gibt viel zu erkunden und nur so wenig Zeit immer an einem Tag. Genau. Dann würde ich mal kurz weiterschauen. Ich versuche natürlich immer fleißig, eure ganzen Fragen zu beantworten. Leider bin ich noch nicht so schnell wie Chat-GPT. Genau. Viana fragt, kann Chat-GP-Powerpoint-Präsentationen erstellen? Wenn ja, die kostenlose Version auch. Oh, die kostenlose Version kann es definitiv meiner Meinung nach nicht. Es gibt vielleicht GPTs, die man erkunden könnte hier, ob die das können. Aber da würde ich mich tatsächlich noch weiter recherchieren. Es gibt meiner Meinung nach ein besseres KI-Tool, was das sehr gut kann. Also nicht alles muss Chat-GPT machen. Es kann sehr viel, aber es muss auch nicht immer alles machen. Da würde ich tatsächlich bessere Tools empfehlen. Genau. Und Tommy hat auch noch eine interessante Frage. Wie kann ich meine Jimdo-Homepage mit dem Tool verbessern? Da frage ich mich jetzt gerade, geht es hier tendenziell um Chat-GPT oder um die Jimdo-KI, Tommy? Wenn du mir das kurz beantworten könntest. Genau. Also mit der, währenddessen Tommy darauf reingeht, also mit der Jimdo-KI können wir ja nochmal einmal kurz durchlaufen lassen, dieses Video. Ich möchte das mal kurz nochmal groß machen. Da ist ja tatsächlich in der Planung, dass innerhalb eines Gesprächsflusses einfach ihr so viel Kontext teilt, wie ihr möchtet, über euer Business so viel, wie ihr möchtet, zwei bis drei Sätze gerne auf Paragrafen und diese Jimdo-KI dann in der Lage sein wird, daraus hin basierend euch eine super Website zu erstellen oder beziehungsweise zumindest einen Startpunkt für euch, an dem ihr noch weiter arbeiten könnt. Und das ist gerade noch in Arbeit, aber, und Shadi, korrigiere mich da gerne, wenn es da noch mehr Input gibt, aber das definitiv schon im Prozess, wenn das jetzt die Antwort war zu der Frage. Ansonsten kannst du natürlich ChatGPT nutzen für, Moment. Das kann jetzt jeder benutzen eigentlich, wenn jemand Zugriff haben will zu der Jimdo-KI, sag uns das Bescheid und dann wir schicken eure E-Mails zu unseren Produktmanagers und dann könnt ihr direkt Zugang haben. Super. Also das ist sogar noch einfacher dann. Und ansonsten, genau, wie ich vorhin gezeigt habe, solche Mediaplanung mit ChatGPT, Headlines, Texte, auch immer ihr braucht, was sowas betrifft, kann ChatGPT euch enorm helfen. Also da könntet ihr mit Hilfe der Jimdo-KI und gleichzeitig ChatGPT innerhalb von kürzester Zeit eure Website online bringen. Genau. Achso, Mario, Stefano hat eine sehr interessante Frage. Gerichtsurteile zu einem bestimmten Fall liefern. Das, in Fotoquellen könnte ChatGPT alle Gerichtsurteile zu einem bestimmten Fall liefern. Das ist die Sache, wo ich sehr aufpassen würde beim Datenschutz in Deutschland. Alles, was juristisch ist, ist in Deutschland, also ich habe im Freundeskreis ein paar Juristen, wenn es wirklich was Juristisches ist, was ihr haben wollt, am besten wirklich noch altmodisch sein und Menschen fragen, weil das gerade noch eine sehr große Grauzone ist in Deutschland. Da würde ich sehr vorsichtig sein, also falls jemand auch noch so eine ähnliche Frage hatte. Ja, das ist wirklich schwierig. Also wir hatten schon mal... Weil das ja unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit ist, da hat die Zugriffs, hat ChatGPT nicht die Zugriffsrechte, wenn es um bestimmte Fälle geht. Wir haben tatsächlich intern auch schon mal besprochen, dass ChatGP dir tatsächlich aber helfen kann, wenn du zum Beispiel Probleme hast mit deinem Vermieter und erst mal eine E-Mail aufsetzen musst mit einem gewissen Paragrafen, dann kann dir da ChatGPT schon gut helfen und das ist auch getestet von unserer Liga-Expertin und tatsächlich auch für gut befunden worden. Also wir hatten auch jemanden in unserem Team, der Probleme hatte mit einer Einschulung oder Einstufung ins Gymnasium, Sekundarstufe, wie auch immer und da auch ein bisschen einen Widerspruch eingelegt hat und hat diesen Widerspruch komplett mit ChatGPT geschrieben und auch mit gewissen Referenzen zu Paragrafen und das war auch tatsächlich faktisch und auf rechtlicher Ebene korrekt, aber das ist auch nur eine E-Mail. Also wenn es jetzt wirklich in externe Prozesse geht, wie Katrin gerade schon gesagt hat, würde ich auch nicht ChatGPT empfehlen. Das ist am Ende des Tages auch eine künstliche Intelligenz, die nur sammelt, was sie irgendwo finden kann, was anhand von und welchen Keywords passen könnte. Schwierig. Es kommen jetzt sehr viele Fragen auch noch zu den Custom-GPTs. Genau. Ich glaube, da gehen wir ja gleich noch ein bisschen... Dir kannst du gerne die Frage gerne stellen, Katrin. Also die Frage ist, wie viele GPTs man erstellen kann. Meiner Meinung nach kann man, glaube ich, Unmengen eigene GPTs erstellen. Also ich bin noch nicht an mein Limit gestoßen. Ja. Genau. Und Ulrich wünscht sich, dass wir genauer erklären, wie man ein eigenes ChatGPT baut. Ich glaube, das sprengt heute leider ein bisschen den Rahmen, weil wir nur sehr begrenzt Zeit haben. Wir können ganz kurz gerne zeigen, minimal können wir das machen und dann gehen wir noch ein paar andere Fragen rein. Aber wir gehen jetzt nicht so sehr ins Detail, aber ich kann nur mal kurz die Oberfläche zeigen von meinem und dann kann das schon ein bisschen Eindruck schaffen. Aber wie gesagt, anscheinend ist ja da großes Interesse. Ich würde sagen, wir schreiben uns das auf. Wir machen noch einen GPT zum Webinar zum Thema Custom-GPTs. Wie ihr seht, wir haben ja auch ein paar eigene. Tatsächlich ist das ziemlich simpel, weil, und ich will gar nicht zu viel vom Konfigurationsteil zeigen, aber man am Ende schreibt auch einfach nur mit diesem GPT. Es ist wieder ein Kollege, es ist quasi wie jemand, den man im Interview sitzen hat und dann gefragt wird, wie stellst du dir deinen idealen Kollegen vor und du antwortest. Und das ist genau das, was in diesem Prozess passiert mit GPT, einfach um es jetzt mal kurz zu teasen. Da kann man natürlich noch viel machen, das können wir gerne im Webinar erklären, aber grundsätzlich ist es wirklich ganz einfach. Man baut sich seinen idealen Kollegen innerhalb einer Konversation. Genau, und ich möchte euch nochmal kurz allen sagen, ich hoffe, dass du es okay hast, habe ich schon alle Leute getürzt in den Fragen, in den Fragen beantworten. Genau, ihr bekommt auch alle eine Aufzeichnung dieses Webinars. Ich kann das auch verstehen, dass das jetzt alles ein bisschen viel ist in so kurzer Zeit, aber macht euch da keine Gedanken, die kommt in den nächsten Tagen und da könnt ihr wirklich alles nochmal euch anschauen und genau, wir werden auch, wie gesagt, die Fragen, die wir jetzt leider aus zeitlichen Gründen nicht beantworten können, auch beantworten und euch das dann auch per E-Mail zukommen lassen. Genau. Ansonsten auch gerne, ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, also ich stehe auch gerne bei LinkedIn offen, sind die Legte, schreibt mich an, ich kann jederzeit auch Fragen beantworten, gar kein Problem. Also ich weiß, es ist ein komplexes Thema und man versucht in so einer, in so einer, in so einem Webinar alles unterzubekommen. Wir haben leider nur eine Stunde, wir haben alle wahrscheinlich gerade unsere Mittagspause, es ist schwierig, ich könnte glaube ich drei Stunden über das Thema reden, aber ja. Ja, okay. Haben wir noch eine letzte Frage, ansonsten? Genau, ich schaue noch mal kurz, ob ich etwas finde. Ansonsten würde ich einfach gerade die Initiative ergreifen, wir sind natürlich, wir launchen gerade diese Business Academy, ihr habt ja heute das erste Webinar, am ersten Webinar teilnehmen können und wir planen natürlich auch mehrere solcher kostenlose Webinare anzubieten, einfach weil es glaube ich vielen Selbstständigen, vielen kleinen Unternehmen, aber auch vielen anderen so doll helfen kann und wir haben dazu auch gleich eine Umfrage nochmal, was für gewisse Bereiche euch vielleicht interessieren könnten, also wenn ihr euch alle nochmal kurz eine Sekunde nehmt, um die zu beantworten, wäre super, super hilfreich. Ansonsten können wir nebenbei nochmal ein paar Fragen beantworten, wir haben ja noch ein paar Minuten. Achso, genau, Ulrich hat noch die Frage zwischen dem Unterschied eines Custom-GPTs und quasi dem allgemeinen Chat-GPT, genau, wenn du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen könntest. Also genau, das ist einfach gerade im Prinzip nochmal von vorne, Chat-GPT ist jemand, der Multitasking alles machen kann und dein Custom-GPT hat eine spezifische Rolle und kann diese Rolle auch zur Perfektion ausführen. Es ist halt nicht, der lässt sich nicht ablenken von rechts, links, der hat eine Rolle, also du sagst ihm, der soll ein Creative-Director sein, der soll dein Business-Partner sein, der soll ein Copywriter sein, der soll ein Koch sein. Er wird nichts anderes machen, als Koch zu sein und sich nicht ablenken lassen von rechts und links. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil bei Chat-GPT müssten wir auch immer dem Prompt eine Rolle hinzufügen, damit Chat-GPT sich reinfinden kann in die Position. Wir müssten natürlich die Prompts auch super ausfüllen, dass es einfach im Kontext Sinn macht. GPT am Ende vereinfacht ein Custom-GPT, die vereinfacht einem einfach den Prozess für immer wiederholende Tasks, die man täglich machen muss. Zum Beispiel, für uns ist das ganz simpel ein Beispiel, für Katrin, Copywriterin, muss jedes Mal neue Headlines, neue Überschriften finden für Newsletter, für Webseiten, für Social-Media-Posten. Sie hat einen GPT, der nichts anderes macht, als ihr zu helfen, Überschriften zu schreiben. Und das hilft extrem. Genau dafür ist es dann am Ende da. Genau, also ich würde noch ganz kurz die Frage von Elektro Heinrich beantworten. Das geht da um die Normendaten, die in Deutschland ja sehr wichtig sind. Die Daten findet Entschuldigung, Elektro Heinrich, nicht Heinrich, nur gegen Bezahlung in der Normenbibliothek. Kann ich diese in Chat-GPT dauerhaft integrieren? Könntest du theoretisch machen, indem du sie entweder händisch da reinschreibst, wenn es um spezielle Produkte geht oder in deinem Fall wahrscheinlich alles, was mit Elektronik zu tun hat. Oder wenn es erlaubt ist, da würde ich mich aber auch erkundigen, könntest du auch ganze Dokumente hochladen, zum Beispiel PDF-Dateien und die dir auslesen lassen oder zusammenfügen lassen. Das geht. Genau. Super. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch und dann können wir ja tatsächlich ein bisschen früher abschließen. Wir haben ja doch viele Fragen. Wie gesagt, wir schicken eine PDF rum. mit dem Webinar. Ach so, es ist ja auch noch vermehrt jetzt die Frage bekommen, die Frage gekommen, ob wir zum Beispiel in unserer Zusammenfassung und E-Mail noch mehr Links zu anderen Tools haben, zum Beispiel mit Journey und so, das können wir dann auf jeden Fall auch gerne integrieren. Schreiben wir uns auf und vielleicht auch, wir können auch tatsächlich Links teilen zu Artikeln, die die besten Prompts zum Beispiel auflisten. Für Marketing gibt es zum Beispiel eine Webseite, die hat 60, 65 Prompts gelistet für Marketing, weil ich ja sehe auch in unserem Poll, dass, in unserer Umfrage, dass sehr viele Leute interessiert sind am Marketing-Input. Das könnte natürlich sehr hilfreich sein. Also ja, wir schreiben uns das auf. Danke fürs Feedback. Vielleicht können noch andere Leute das Poll beantworten. Bis jetzt haben wir so 160 von fast die 300. Dann hilft uns besser zu wissen, was für ein Thema als nächstes kommt. Genau, damit wir einfach auch diese Business Academy so gut wie möglich ausbauen können für unsere Kunden oder zukünftigen Kunden. Ja. Ansonsten, vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr schön, auch so zahlreich, so sehr zahlreich viele Menschen heute an Bord zu haben und das auch erklären zu können. Und anscheinend ist ja eine große Anfrage da. Sehr gerne machen wir nochmal mehrere neue Marketing oder Geschäftsstrategie, Webinare. Wir sehen ja, da ist Interesse da. Wir setzen uns hin. Wir gucken, wie wir das für euch möglich machen. Und ja, vielen, vielen Dank. 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 Vielen Dank.